In Ordnung, junge Dame. Und jetzt werden wir mal einen sicheren Ort suchen, wo wir dich unterbringen können. Bleib hier hocken, sonst rennst du noch in etwas, was dein Habeis werden lässt. Und das wollen wir doch nicht, oder? Vater, ich hab im Labyrinth ein Buch gefunden. Hast du eine kleine Besichtigungstour gemacht? Ich glaube, ich muss dich an irgendetwas Schweres ankitten, damit du Ruhe gibst. Es hat Schutzsymbole. Vielleicht könnten sie es gebrauchen. Danke für deine Fürsorge. Aber der Herr gibt mir Schutz genug. Und damit so ein Pentagramm etwas bringt, müsstest du es aufmalen und dich mitten reinsetzen. Und gerade heute habe ich meine ganzen Buntstifte zu Hause gelassen. Und jetzt tu mir einen großen Gefallen und bleib hier hocken. Bevor du noch in irgendwas reinrennst, was größer ist als du. Hocken bleiben, klar.